was für eine Katniss, man muss alleine die Gegner alleine töten ja so, jetzt können wir auch mal Rückführung benutzen, damit wir mal sehen wie das aussieht hier fünf Sekunden warten, dann kastet er das ganze und wir sind dann wieder in der Stadt bringt jetzt voll viel die fünf Meter aber es funktioniert halt das ist auch mal, das ist auch mal, wow so und alles mit stylischen Effekt ja, natürlich Jajaguta, hier hast du deine Felle so, danke, 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 Belohnung annehmen, achso muss man sich auch noch aussuchen ähm, ich nehme da gerne die Zinsstücke ich weiß nicht wofür die da sind, aber umso man hat's also das sind halt nochmal extra Geld, glaube ich, aber das Equipment braucht man eh nicht glaube ich, so wirklich, oder? ne, auch mal die Zehnstücke, was soll's äh, Zehnstücke und jetzt habe ich nämlich auch Kombos, so wie es scheint, mal gucken, was ist das für ein Skill du führst du führst eine physische Attacke aus Zusatz-Effekt erhöhte Feindseligkeit Kombo-Bedingungen Vortex-Schnitt Attacke Wert 200 aha ich muss mir was einfallen lassen mit mach das glaube ich mal so hier und so hier und dafür dann das dahin Gott ich habe gekriegt Transposition damit ändere ich mein Schatteneis in Lichtfeuereffekt und umgekehrt um und die verstärken glaube ich einfach mein Feuer ich weiß nicht, ich habe mir meine Skills nicht durchgelesen okay schuld dich schuld dich des Rum-Nubens kann ich die Skills auch irgendwo schnell anschauen aber auch, wie weit ist es uns weg? ähm ich will meinen Zauberhut ganz egal, was es sonst doch so für Ausrüstung gab ich will meinen Zauberhut ich nehme ja wohl die Augenklappe oder wie die Zinnstücke ich meine die ersten Equipments bringen eh nicht so viel daher weiß nicht so in kaputten Hut ach ich nehme die Augenklappe dann bin ich ganz blind weil mein ein Auge ist dann quasi weg so wird uns das Arsenal vorgestellt das ist was anderes als das Inventar finde ich übrigens schön dass das getrennt wird ja das ist echt extrem angenehm ähm unterhalte mich derweil schon mal mit meinem Gildenmeister jo ähm ach so, erster Bleibe 5 ha, stimmt da war ja was dann gehe ich schon mal zurück zu meinem Gildenmeister der Ergebnis ist nämlich das Pestarium nach der ersten Quest wenn ich mich recht erinnere ja dann müssen wir nochmal da raus und doch mal ein paar Gegner da töten ich glaube die Hornissen zum Beispiel waren Gegner wo ist es denn? Kolosseum dann warte ich schon mal draußen auf dich, okay? jo jo ich will auch so'n Kafunkel haben frag mich nicht, wo man ihn herbekommt gee ähm, da uff da uff da, ich zuhause hihihi 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 hihihihi lchihihi soo Und jetzt kommt dieser schöne Effekt, jetzt bin ich nämlich im Kolosseum, irgendwo und nirgendwo und jetzt drücke ich hier einfach Äh, was war es jetzt? Todes Nald oder Todes Tal? Ich glaube Todes Nald Todes Nald ist das Tor, wo wir gerade raus sind Ja, ich vermute es mal Jupp, that's right Ich vermute nicht, ich bin da gerade in dem Moment durchgegangen Ich bin sogar vor dir So, gucken wir mal kurz das Vestarium, bevor wir anfangen zu schlachten Ähm, Vestarium hat nämlich so Okay, wir müssen, also ich muss Marienkäfer töten Ei, drei Stück Dann Sternmurmelhörnchen, Murmelhörnchen, drei Stück Hier habe ich nicht direkt in der Liste, nein, hier habe ich gar nicht in der Liste Dafür habe ich Riesenhörnissen Okay, und dann habe ich Kaktoren, Stabspitzmäuse, Hammerschnabel, Treibereameisen Mistfliegenwolke, gefräßiges Yachtzone Okay, jetzt müssen wir einfach alles töten Okay, jetzt kommen wir hin Auch alles töten Na gut Hashtag Blutbad Aber achte auch, hier ist nicht Feierabend, also hier gibt es Rang 1 zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bis runter gehe Das sind ja irgendwo Treibereameisensoldat, die habe ich nicht mal gesehen Genauso, da doch die Quirgehen-Panzerblätter sind ungefähr Level 9 oder so Also es kommt ungefähr mit Level hin hier, die 0, 1, 2, 3 Und dann geht es aber nochmal weiter mit 2, also das geht dann schon ein ganzes Stück weiter So Da sehe ich schon mal Riesenhörnissen und Sternmurmelhörnchen Und da sehen wir auch schon das nächste Symbol, da ist so ein Doppel-Halbkreis drüber Und das sind die, die wir halt töten müssen, laut Liste Oh, du kämpfst gerade, oder? Ja, hinter dir, aber du bist schon tot Äh Erklär ruhig weiter Nö, gibt es nicht, wie zu erklären Also, ist halt so Aber das Kombosystem finde ich auch ganz gut, dass man so Zusatzeffekte hat Wie ich habe jetzt zum Beispiel höhere Feindseligkeit Ist halt einfach nur gut, um die Gegner zu pullen Willkommen, wenn ich mehrere Feuerzeuge in einander, füge Bonus-Schaden auf meines Weils drauf Okay Das ist auch ganz nice Das ist dieser, dieser, ähm Lichtfeuer- und Schatten-Eise-Effekt Ah Kann ich halt dann mit den Trans-Dings hier Wir vergessen, wie er heißt Die Transposition dann auch einfach ändern, dass es halt Eis ist und nicht Feuer Was ich vielleicht auch machen sollte, da Eis billiger ist Verstehe ich jetzt nicht ganz, weil Ich habe bis jetzt nie in Magier gespielt, aber Scheint cool zu sein Okay, ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Pestarium eine Quest gelöst, beziehungsweise So Die Sternnummer und Hörnchen habe ich auch fertig, so Kaktoren und Marienkäfer sind glaube ich Na, Marienkäfer weiß ich gerade nicht Marienkäfer brauchen wir ja sowieso noch vier Stück für den Quest Jupp Deswegen meinte ich ja, geh erstmal zurück Weiß nicht, äh Level 1 ist ein bisschen lame, das noch zu töten Level 1 Aber erkunden muss man sowieso alles Speed jetzt machen wir kurz ein bisschen durch Schnapsblitzmäuse waren doch noch Genau Na, danke, dass du mir hilfst, mach das ruhig Trottel Das ist immer witzig Die Leute kapieren nicht, dass das nichts bringt Die kriegen gar nichts Das wird sogar im Tutorial erklärt, aber Wenn man sowas nicht schließt, ne Mist Ähm Relativ viel Reichweite sehe ich gerade Ja Relativ Ach, hat sogar noch für mich gezählt Cool Cool Gut, da hab ich jetzt auch Gladiator 4 fertig Das waren eben mal so 400 XP Dafür, dass man eigentlich nur drei Kills gemacht hat, das ist ordentlich Ja Deswegen Mistfliegenwolke Marienkäfer Hast du Was hast du noch? Also die Die ersten Aus den ersten sechs sag ich mal Was hast du noch? Nicht gemacht? Mistfliegenwolke Gefräßiger Yachtzone Kaktor Und Marienkäfer Gefräßigen Yachtzone Kaktor Äh Habe ich noch nie gesehen, glaube ich Ich kenne nur normale Kaktoren Aber wir können noch ein bisschen erkunden Bekommt man auch XP Zumal man dadurch die Karte aufdeckt Mach's einfach so wie immer und läuft dir hinterher Das passt schon Da steht ja auch immer neben Monstern, wo die zu finden sind Was halt ganz cool ist Vielleicht sind sie auch in der Kakteen-Mulde, da war ich schon nicht so aktiv Weil ja nicht so die Monstern sind, die ich brauche Oder bisher brauchte Das stimmt, komm, mach ich mir nur verliere ich dich jetzt mal in den Augen Bist immer noch genau hinter mir Möchtliches Tanalan, Sasamos, 80 Sünden Ah ok, da weiß ich wo Aber naja, Karte aufdecken muss trotzdem sein Ähm Gut, mehr ist hier nicht Tapp, tapp, tapp Dann Benutzt du eigentlich deine TP zum angreifen? Deine Kombos und so? Ja Oder willst du da auch dann ja einen P? Nur TP Ja, fuck Ich hab keine Mana-Skills bisher Weiß auch nicht, ob da noch welche kommen, aber bisher gar nicht Vielleicht irgendein Buff oder sowas Ich brauche meine TP halt momentan wirklich nur für Dings Sprinten? Hm Genau Das ist halt mit mir das Problem, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht sprinte und dann sofort in den Kampf gehe, weil dann habe ich null TP Ha Ja Dezent ungünstig Mir aber schon ein paar mal passiert beim Faustkämpfer Wenn man da nicht so ganz aufpasst Zack Hm Oder so ein Mistklick, so weißt du mitten im Kampf so aufs Sprint drücken Das wär kacke Das ist auch kacke Hast du auch nur, nur 1000 TP? Ja Das ist halt so 100% Ungefähr, kann man so sagen Ja Ich hab nur halt gedacht, weil du sie brauchst, weil sie vielleicht nur Ehrenwert Mhm Das war eben gleich Das sind Ouroborn, von denen war vorhin die Räte Ja Da muss ich Bei uns vor Ich weiß gar nicht, da gibt's auch noch ne Quest, da muss man die töten Ich weiß bei mir noch ein bisschen Oh, hier Treibermeister Mistfliegenwolke brauch ich auch Huch Die sind dann auf der anderen Seite Okay Hier gibt's aber auch nochmal beim westlichen Tor Gedöns Das find ich cool, dass hier angezeigt wird, in welche Richtung die angreifen Und dass man das dann quasi Äh Dass man das dann quasi ähm Ja Ausweichen kann Wenn wir auf die Seite gehen, dann treffen die endlich, ne? Ey, zieh mir nicht die Agro, du Sack Kann ich dafür, wenn du die Agro nicht halten kannst? Tank du Jetzt seh ich grad noch ein schönes Feature, ähm, Erfolgssträhne Oh, hier ist grad ein Feld Ähh Da könnten wir sogar noch kurz mitmachen Können wir uns jetzt beeilen nach der Mistfliege? Ach, ich hab keinen Meiner mehr Ähm, ähm Okay Wollen wir mitmachen im Feld? Wenn's Erfahrungspunde bringt? Ja, bringt's Na los, dann schnell rein Äh, bin zu niedrig für die, für das Feld Naja, ist egal Bring trotzdem noch ein paar XP Jetzt siehst du, was ich meine Jetzt zieh mich jetzt durcheinander Und mein Spiel laggt nicht Das ist aber zu laut Okay Das Ende von dem Feld ist eigentlich immer nur, dass du diesen Diesen Endboss quasi behemmerst mit allen möglichen Spales, die du hast In meinem Fall halt zwei Kann ja noch den jetzt ein bisschen durchmachen, dass ich mehr Fahre Haltigung hab, aber der hört mich ja eh nicht an Just because not enough damage Wir haben auch grad nur Eis drauf Ist egal, solange du Schaden machst, du kriegst dann trotzdem halt, äh, ne gewisse Belohnung am Ende Was der für, für, für Stack-Effekte von Blitz drauf hat gerade Ja Tausend Stück Weil der so lang ist, das... Frage ich mich eigentlich, ob das wirklich balanced ist Dieser Blitz-Effekt ist jetzt echt episch lang 20 Sekunden oder 15? 20 eher So Du hast es mal gekriegt, sind dann sogar noch stärker Wow, ich hab so eine Goldmedaille bekommen Na gut Ich hab schon für 5 erreicht, ich kann endlich meinen Hut aufsetzen Yay Ähm... Arsenal Anliegen Yeah, ich bin blind Mein einziges Auge, was man sehen kann, ist jetzt verdeckt That logic Okay Ich hab nen Hut Aber weiter würd ich hier nicht gehen wollen, weil jetzt kommt ja Level 7 und so, das ist dann zu weit Ich kann aber noch nicht zurück teleportieren Hm Machen wir noch mal Mistfliegen Ich... Ja, ich wollt grad sagen, ich brauch glaub ich wieso noch welche 2 Brauch ich noch Huch Huch Das ist ja eigentlich auch schön, dass ich einen Spell habe, der mir Schaden verringert Also die 10% weniger Schaden nicht bekomme, aber der geht nur 20 Sekunden und hat dann einen Cooldown von 90 Sekunden Das ist echt ein bisschen hart Fragen, weil es so 10% bringt Cooldown ist bisschen sehr hoch Ja Hätten sie es lieber gebalanced mit hohen TP-Kosten oder so Ja So, ich hab drei Baumeisen fertig Schön Ich brauch immer noch eine Mistfliegenwolke und es ist wieder Aaaaah Too late Drecksau Jaja Halt alles Vor- und Nachteile Vielleicht kriegen wir aber die da am Anfang von dem Gebiet Ja Hab ich Inklusive Treiber-Ameise Ja Ich geh einfach die Treiber-Ameise pull Mach Huch Wenn du meinst du kannst die tanken Ich kann nicht die tanken Ich hab 1000 HP Ich hab grad eine Erfolgssträhne, ich würd gern noch weiter was töten Ich bin nämlich gut XP Nehm ich mal ebenso 50% mehr pro Gegner Ja, es lohnt sich Na, jetzt war's jetzt aber So, wie lange braucht der hier noch? Noch nicht einsatzbereit Hm So eine halbe Minute, wenn ich schätzen müsste Das sieht total dumm aus, dieses blonde Haarfell bei dir Ja Ja, das sieht sowieso nicht so toll aus mit dem Hut Weil ich noch keine Robe hab Deswegen werde ich jetzt auch auf einmal ganz eiskalt wieder die Headgear ausstellen Plonk Achihi Das ist ja interessant Wenn du das ausstellst, ist dein Hut weg Also du zeigst es dann auch anderen nicht Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher Also, man stellt das nicht quasi für sich bei allen Charles aus, sondern nur quasi für seinen Charakter Interesting Sooo, dann Wollen wir doch mal Äh Wo wollen wir denn hin? Warum sind wir denn in die Stadt zurück? Na, wir wollen zum westlichen Tor Das heißt zum nächsten Eta Rüthen laufen und zum westlichen Tor Zum neuen Sultana Tor heißt das Ich bin natürlich genau falsch gelaufen Ach ne, wir können uns erstmal eine neue Hauptquest abholen Stimmt Hatten doch schon Level-Ups Genau, und das hast du gewusst und deswegen bist du da instinktiv hingelaufen Ja Hust hust 벌st du